Und die Meister des Universums, ich bin Eden, Trinx von Eternia. Und die Meister des Universums, ich bin Eden, Trinx von Eternia, Hüter und Verteidiger der Geheimnisse von Schloss Grayskull. Und jetzt ist mein furchtloser Freund, Trinx. Die geheimen Zauberkräfte von Grayskull gehen auf mich über, wenn ich mein magisches Schwert in die Luft halte und laut ausrufe, bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Zauber. Cringer verwandelt sich dann in einen mächtigen, furchtlosen Kampftiger und ich werde zu He-Man, dem stärksten Mann des Universums. Ich bin Eden, Trinx von Eternia. Ich bin Eden, Trinx von Eternia.